und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute habe ich bock drauf also das go no, heute machen wir nämlich also heute zocken wir little lion mares wie ihr seht ich bin schon sehr gehypt und ich denke mal ich habe bock drauf also das go no bandai namco das wird auf jeden fall ein geniales spiel ich habe es schon ganz 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 kurz angesagt also nicht erschrecken und nicht es ist alles fertig angespielt alles gut ist okay okay das ist kiss geschichte willst du diesen bald plötzlich überschreiben wir beginnen mit six geschichte die mit wir haben bock drauf so ich habe echt was drauf und deswegen geht es auch jetzt los ich wünsche euch viel spaß mit diesem genialen trailer der ist echt genial viel spaß ihr Vielen Dank. Oh mein Gott, was ist das da? Oh mein Gott. Übrigens, das Spiel ist ab 12. Unter 12 ist es echt nicht. So gut für euch. Oh mein Gott. Da war eine gruselige, eine gruselige Puppe. Okay, Leute. Let's go, Leute. Übrigens, ein Let's Show, das geht los. Jetzt geht's los mit Let's Show. Eins von zwei. Also es gibt zwei Let's Shows vor diesem Spiel. Also hab Bock drauf. Hab Lust und Bock drauf. Also ich bin auf jeden Fall auch gehalten, Leute. Wird euch das so spielen in zwei Parts. Beziehungsweise in Let's Show. Okay. Auf jeden Fall, ich kann auch schon mal sagen, dass die Atmosphäre richtig krass ist. Hier ist übrigens ein Bett oder ist das ein Koffer? Ich weiß es nicht. Entweder Bett oder Koffer, aber egal. Und wo ist endlich nun hier die Region oder auch die Kellerrasse oder die Kellerräume hier im Little Night Mars. Das ist genau. Sorry, Leute. So. Ich glaube, ihr könnt nicht so gut sehen. Deswegen mach ich es einfach mal Licht an. Ich mach einfach jetzt mal Licht an, dass ihr besser sehen könnt. Dass ihr es ein bisschen sehen könnt. Weil, ähm... Ich glaube, ihr könnt nicht so viel sehen, wenn ich nicht Licht anmache. Ich kann genauso schlecht sehen wie ihr. Weil das Licht aus ist, genau wie hier. Guck mal, ganz schlecht. Wie das. Deswegen ist es einfach Licht besser hier bei diesem Spiel. Obwohl ich auch eigentlich gerne, in Dunkeln gerne auch spiele. Also ich liebe ja, ich liebe ja auch Dunkelspiele wie hier diese Atmosphäre hier in Dunkeln. Ich könnte einfach nur die ganze Zeit können ich nicht wieder rumrennen und mich erkunden, weil es einfach so viel Spaß macht. Ich liebe einfach Dunkelspiele wie hier. Das ist einfach richtig krass. Okay, Luis. Ähm... Ich hab übrigens schon mal versucht, das aufzunehmen. Hat nicht funktioniert. Ich hab's richtig verkackt. Ich hab's richtig verkackt. Ich hab's echt nicht gut gemacht. Ich hab's super schlecht gemacht, aber gut. So, hier ist alles zu gut. So, hier. Einfach die Klappe auf hier. Knack. 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 Ich hab nur die Klappe aufgemacht. Gut. Nein, mit dir jungen Spute. Ich bin gehalten nur noch. Lustig. Und hab auch Lust drauf. Oh mein Gott, das ist so geil. Hat nur Sphäre hier. Guck mal, hier sind so Regentropfen, ey. Da fallen so Regentropfen herunter. Wow, wie geil ist das denn, ey. Richtig krass, nur die. Richtig krass. Richtig, richtig, richtig krass. Oh mein Gott. Geil. Freut mich. Richtig krass auf jeden Fall, Leute. Guck mal, hier sind ganz viele Regentropfen. Richtig gute Idee von den Entwicklern, auf jeden Fall. Knack. Wir sind nur noch auf einer Kiste jetzt gelandet, okay. Auf einer Kiste. Okay, 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 okidoki. Schau dies. Das ist auch voll schön hier, ne? Eine lange Brücke, oh mein Gott. Die ist ja super, 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 super lange. Ist echt geil hier. Wirklich, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut, Leute. Okay. Was ist das denn hier? Ich glaube, es ist eine Kamera, aber... Ich glaube, man kann auch nicht da nicht rein. Machen wir es leise. Machen wir es leise, sonst... Verstehe ich nämlich nicht. Ähm... Ich glaube, es ist eine Kamera hier oder auch eine Tür. Aber man kann es wohl nicht aufmachen. Ne, kann man nicht, okay. Dann versuche ich es erst nicht. So. Was ist denn hier? Hier ist es fast. Hier ist irgendwas. Da kann man mal anfassen oder was auch immer. Ach, Dosen. Ach so. Hier ist ein Loch, okay. Hier ist ein Loch. Dann nehmen wir einfach jetzt mal dieses Bambus. Und auch dieses Holzstück mit. Ich glaube, ja, ob wir es nicht brauchen. Oh mein Gott, wie geil das einfach hier aussieht. Guck mal hier. Da oben sind Stühle wieder, sehe ich, genau. Perfekto. Richtig krass einfach nur, die Aufnahme hier. Was gut ist, hier kommen wieder Regentropfen herunter. Hier kommen wieder Regentropfen herunter. Da ist ein Eimer. Perfekto, dort ist ein Eimer. Und hier ist ein Sofa, sehr gut, natürlich. Perfekto, Leute. Dies ist wohl nichts mehr. Ne, 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 ne. Außer hier. Ich glaube, man muss die nach Romola. Richtig. Okay, man muss auf SL drücken. Oder auf SL, glaube ich. Oh mein Gott. Ich habe eine Matratze. Okay. Schon war ich bestimmt. Und diese lange Füße, okay. Hier sind super, super, super lange Füße, okay. Das freut mich natürlich auch, Leute. Genau. Okay. Das ist wohl eine Puppe, doch. Ich müsste eine Puppe sein, Leute. Aber die ist schon tot. Bestimmt. Also, macht euch keine Sorgen, Leute. Die ist schon tot. Das ist gut. Die ist schon weg. Und die ist... Au. Ist echt ein bisschen unheimlich. Aber ich habe auf keinen Fall Angst, okay. Und ich habe halt auch gerade mal versucht, das Spiel zu spielen. Und das Gute ist, jetzt zwei hier, wenn man den Stuhl verschiebt. Das wurde ich nämlich noch nicht, als ich das erste Mal gezucht habe. Das ist gut. Das finde ich gut. Das habe ich auch gut gemacht. Das war jetzt noch mal jetzt. Ja, versucht habe ich hier. Finde ich schön, dass ich jetzt endlich mal hier weiter weiß, weil sonst hätte ich nicht die wieder so lange gebraucht. Na, Leute. Mal letztes Mal, weil letzte Aufnahme habe ich auch so lange hier wieder gebraucht, um die Türkelinge aufzumachen. Ich weiß ja nicht, warum. Man muss einfach auf SL drücken, oder auf SR. Das habe ich nicht gescheckt. Das habe ich vergangenen Mama nicht gescheckt. Das ist echt doof. Aber gut. Was gibt es denn hier noch so, oder dies? Schau mal. Sehr schön hier. Die Tür ist auch echt gruselig, aber. Nur für manche, nur für manche. Aber jetzt kriege ich auch ein bisschen Angst, weil dahinten nicht da wird. Ist das eine Windmühle, oder was da hinten? Da ist irgendwie ein Geräusch. Sehr. Also jetzt wird es echt umhaltlich. Ich merke es schon. Ich merke es schon, Leute. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Richtig geil finde ich das. Sehr gut. Ja, nicht schlecht. Das ist ein Kühlschrank, doch. Müsste ein Kühlschrank sein. Mit Katzenfüllchen, oder was auch immer. Kann man aufmachen, die? Kühlschranktür, ja, kann man aufmachen. Oh mein Gott. Was ist denn drin? Nichts? Sehr bruselig, die Musik jetzt. Im Hintergrund. Ich glaube, das ist defekt. Der Kühlschrank, glaube ich, doch. Müsste sein. Boah, wie gruselig. Einfach nur, man kann es kaum sehen, ne? Man kann kaum mal sehen, hier. Echt alles zu gruselig, hier. Und wo geht es weiter? Ich weiß echt nicht, wo man jetzt weiter machen soll. Hier, okay. Ach, hier, oder? Hierhin. Genau, hierhin. Hier, oder? Ja. Hier rein, okay. Wird immer gruseliger. Hier, 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 hier. Wird gruseliger. Dunkel, dunkel, dunkel Angst. Spaß, nein. Hier hat natürlich keine Angst. Oh, was ist denn hier los? Das ist ein Hütje-Menschen, wie ich mich nicht irre. Dann muss es ein Hütje-Mens sein, okay? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht, nicht, nicht schlecht. Ja, gar scheiße. Möcke, geh weg. Möcke, geh weg, ey. Möcke, geh weg, bitte. Ich will hier LPen, LPen. Möcke, geh weg. Boah, wie gemein. Okay, jetzt gehst du endlich weg. Boah, danke. Danke, Möcke. So, hier geht auch rein, oder? Ach, nee, ist der Ausgang. Sorry. Okay. Geht da rein? Ja? Nein? Wie war's denn? Kann ich sehen. Soll ich da hinten irgendwo rein? Kann ich sehen, ne? Ich kann ich sehen. Ich kann überhaupt nix sehen. Ich bin so blind, oder? Oder ist er einfach hier so schwierig, weg zu finden? Ich kann echt nix finden. Oh, mein Gott, ey, wie gemein. Dann häng ich schon fast an 15 Minuten, naja. Dann sag ich jetzt einfach mal. Dann sag ich einfach jetzt mal. Ich würde sagen, das war's mal mit diesem ersten Let's Show. von... von... ähm... Little Nightmares. Sorry, ich verrisse aber den Namen. Dann sag ich einfach jetzt... bis zum nächsten Mal. Euer Mario Party 10. Ab-Vlog-Fan Timka. Servus und macht's gut, Leute. Tschau.